So, ich bin nicht mehr gespannt, geht das wieder so schnell? Falls ihr es mitkriegt, ich bin ein bisschen erkältet, also nicht wundern, wenn ich mal so ein paar Störegeräusche oder Nebengeräusche ablasse. Vorsicht im Dunkeln, der Geist kann es sich spüren. Der Geist kann sie spüren im Dunkeln. Er will sie tief in ihnen haben. Der Geist heißt Olaf Olafsen und ist schwul. Und ich höre kein Mucks von dir. Salz, Crucifix, Geister-Event, Gruppen. Ich habe Buch und Thermometer. Äh, Crucifix, Salz. Spiratbox, Crucifix und eine Videokamera. Dieser Geist scheint sowohl auf Gruppen als auch auf alleine zu antworten und Patricia Johnson. Are you here? Bist du da? Are you there? So, Knochen fluchen. Bist du hier? Bist du hier? Bist du da? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Bist du da? Bist du da? Okay Are you there? Das muss sein Bist du hier? Das muss einfach sein Bist du da? Bist du da? Bist du da? Bist du da? Are you here? Are you there? How old are you? Are you here? Are you there? Gibt es hier noch eine Treppe nach oben? How old are you? Ah ja, hier. Ich glaube ich habe den Raum hier oben. Jedenfalls schlägt EMF aus. Zwar nicht auf Stufe 5, aber... Haben wir wenigstens mehr? 9 Grad, aber keine Gefriertemperaturen. Weitere Temperaturen. Are you here? Are you there? How old are you? Schreibe in das Buch! Are you here? Talk to me! Ich hab ne Kamera um zu gucken in den Orb Ich hab die Box direkt vor dem Raum liegen gelassen Jupp Ich hab das keine Es gab gerade einen 8er Ausschlag. Hier unten mal Radio kurz. Dann dort nach Fingerabdrücken mal gucken. Oben aus Radio aber im Nebenzimmer. Kein Orb bis jetzt. Auf beiden Kameras? Ja. Ähm, seit... Haben sie schon... Ey, Geisterbuch. Okay. Ähm, das Kruzifix muss in der Hand gehalten werden und... Dingsbums, dem Geist entgegengeworfen werden, sonst zählt das nicht. Ähm, ich geh zu ehrlich. Ich mein, es hat auch schon gezählt, als wir's nur da hingelegt haben. Ne, du hast das hinbe... Ne, man muss den damit abwerfen. Ja, weil Ziel 3 ist noch offen, also... Ich hab keinen Fotoapparat dabei. Ich hatte die ganze Zeit nicht mal einen. Zeug mal einen... Also so nebenbei, wir haben Fingerabdrücke. Okay, ähm, Fingerabdrücke. Spirit oder Revenant? Spirit oder Revenant? Wir bräuchten entweder EMF Level oder Box. Au, ja, oder Box. Ich hab EMF in der Hand. Ich such's für mich gerade. Fünf. Jooo. Machen wir doch schon alles. Der Herr Revenant ist es. Was fehlt noch? Dreckiges Wasser wahrscheinlich, oder? Ähm, Crucifix hat jetzt... Dreckiges Wasser, Crucifix und Salz. Der Herr Revenant ist vorbei. Wir müssen noch Zeuge vom Geister Event werden. Ja, und Kai hat das Ding auf ihn gebrochen. Er ist drüber gelaufen und hat trotzdem gezählt. Yo, ähm, Sanity, CO2, Darko, ihr müsstet euch mal einwerfen. Ja. Ike? Ja? Das ist nicht normal. Was? Der, warum ist da UV-Lampe? Keine Ahnung, ist, hat hier irgendjemand da drin hingeschmissen? Und die Lichtbrennern. Oder die leuchtet hier durchs Auto durch. Geil. Ähm, blub, 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 blub. Ja, ist weg. Ja, wir müssen den jetzt triggern. Dass wir Zeuge werden. Ja, toll. Warum haben wir dann gerade Infinity Pain genommen? Der Spawn im Badezimmer anscheinend. Ich guck mal, ob ich das Reacher-Board finde. Äh, das kann man auch fotografieren für Geld. Ja, aber das ist, glaube ich, sogar auch ein Geister-Event, wenn der da irgendwie interagiert mit. Ihr passt es, fine. Gib uns ein Zeichen. Ich will eigentlich, dass CO2 ihn triggert und dann rausläuft. Er hat da am Auto rumgespielt. Ja. Und dort personen. Und dort ist dann ja. Um Sie Sollte Wer hat bitteschön ein Fond? CO2 ist tot Negativ Hä, der hat doch gerade gemacht Wie dieses Todesgeräusch halt Oder ist der Geist gestorben? Kann ja gut sein Als ob ne Hand kein Geistel-Event ist Und Ike wegen dem Foto, ich wollte es einfach mal probieren Äh, tjoa Ike ist die Frage, willst du dir noch Pillen reinwerfen Wie viel hab ich denn? Fünfzehn Oh ja Oh Scheiß, hab Kerze angemacht, muss kurz rein Wofür ist die Kerze eigentlich da? Licht Leck mich doch am Arsch, du scheiß Ding Leck mich doch am Arsch, du scheiß Ding UGH let's talk to you Give us the slime Mag mich wohl net. Give us a sign. Okay, let's go. und 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 Dieses kleine Arschloch hat immer noch nicht gewertet. Der stand auch bei mir vor der Tür. Sanity geht echt schnell runter gerade. Und aktiv ist er auch da oben. Was machen wir jetzt? Also von mir aus können wir los. Weil wir haben ja alles. Wir haben Knochen, wir haben Fingerabdrücke fotografiert. Wir haben den Revenant, weil wir alle drei Aufgaben haben. Wir haben hier zwei von drei erfüllt. Keine Ahnung warum Ziel 4 nicht geht, warum das nicht mehr zählt. Also wir können gerne los, aber warte kurz. Ziel 4 ist ja so, wenn ein z.B. vor meinen Augen stirbt, ist das werde ich Zeuge eines geistigen Wenn wir alle drei in verschiedenen Räumen sind, wird ja kein Team mit Glück. Deswegen bist du mit vorhin zu mir ins Bad gekommen. Du wolltest, dass ich sterbe. So einer bist du, Darko. Wir machen dann das Farmhaus. Ike, du hattest Pillen genommen. Ike, du hattest Pillen genommen. Es war eher andersherum, dass du mich dann noch siehst, wenn ich krepiere. Aber Geister Event ist auch, wenn jetzt was durch die Gegend fliegt oder kullert. Also wir können. Haben wir da reingefangen? Ja, wir können. Ja, wir können. Das habt ihr euch doch am Ende gemacht, wie alt versessen ist. 165. Nice, nice. Ich habe 200 Erfahrungen erhalten. Ja, wir haben 30 weniger bekommen wahrscheinlich, weil wir kein Geisterfoto haben. Wo ist denn der besessene Ike? Ach so, ich sehe mich selber ja nicht auf dem Foto, stimmt. Ja, das ist ganz komisch gemacht. Aber ich mache erstmal folgend Ende. Ey, Ike, warte mal. Du bist hier rechts auf dem Foto, siehst du rechts? Ne, man sieht sich selber nicht. Weil wenn du jetzt nach unten guckst, siehst du dich ja auch nicht. Na gut, dann mache ich das mal auf folgend Ende. Na gut, dann mache ich das mal auf folgend Ende. Hallo! Jacob, guckst-Dip.